Ich hab ganz viel was du hast, du da! Pass mal auf, dass du den Laden hörst! Ich hab's beschreiben, du den Laden! Hörst, das Bild, was ich aufmache, hat der Chef gesagt. Der Chef? Ah, ich meine, mein Mann, wie ich sagen, der ist. Nein, weil ich den Tarnisch nicht fange, von den Nachbarlöpten hat sich der Landeshaupt noch zu Besucher geholt. Und deswegen muss der in sein Türkel wieder auf die Wand aufgehen. Aha! So, wo dann mein Junge war nichts zu? Und, wieso hängst du dann den Junge hier aufgehen? Nein! Ich hab den Greiner, den hab ich ja schon da auf der Wand! So! Gut! Von vorne! Pressemitteilung! Anderes Klick des Empfanges unserer Sportkette Dominik Heuscher von beiden Verermissions Werst Du zum Thema Hörn cabeça die Aussprache Undher goethe Schau! Schau, Schau indicates die Ausgaben ist, dass Sie zuvor gescheuen ... Alter! Verstehen wir Sie? Werft Hornspaß? Ja, ich verstehe Spaß. Ich bin der lustigste Mensch der Welt. Wo ist denn mein Name? Benedikt Hosen. Hauptkammer Landesthemenal. Da ist es mein Kollege. Ich habe ihn erschaffen. Ja, ich weiß nicht. Was wollen Sie nicht? Ja, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Und Halt und Gäte. Habe ich gehabt genug Jahre. Sechste Jahre ohne Alkohol. Sechste Jahre ohne Zigarette. Und sechste Jahre ohne Schmuse. Und dann? Dann bin ich gekommen in die Volksschule.